So. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Blood Dragon mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe gestern diesen Punkt noch eingenommen und ich hätte auch eigentlich die Suchdinge, die hier um die Ecke waren, noch gesucht. Aber ja, wie man sieht, interessiert das nicht die Gune? Na gut, gut zu wissen. Ich hätte mal speichern sollen. Aber mehr fehlt hier auch nicht. Das habe ich ja alles abgesucht. Hier unten in dem Gebiet war ich jetzt nicht weiter. Hier sind ja nur noch die paar Sachen, die kann ich nochmal schnell machen. Das ist das nächste Objekt der Begierde und hier ist auch ein Hai. Das ist, glaube ich, so ein Hai, wie mir noch fehlt. Man muss ja Tiere jagen. Tiere. Aber das sind ja hier Cyber-Tiere. Was war das eben? Ich gehe hier durch. Und man muss Drachen jagen und man muss alles jagen. Und das ist hoch. Ich würde gern was zum... ... ...Pflügen haben. Ich habe Geld. Ich habe Geld. Ich habe Geld. Aber weg, ich habe... Lass mich doch durch. Ich habe Geld. Und ich gebe es jetzt aus. Mir fällt gerade auf. Mensch, ich habe ja Geld. Können wir doch mal gucken. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Waffen. Die Sachen haben wir alle. Die Sachen haben wir alle. Die Sachen haben wir alle. Das hat er sich gemerkt. Die haben wir auch alle. Okay, 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 okay. Äh. Cobra Con. Ich lasse diese Waffen-Konstellation. Die gefällt mir ganz gut. Ich würde bloß gern noch... Achso, hier kam ja noch eine Mission. Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen. Geile Rettung. Wow. Wo denn... Da unten... Ich gehe erst nach da oben. Ehrlich. Genau. Ehrlich. Schon wieder. Ich will hier rein. Hallo, Schweine. Gott sei Dank kann er schnell laufen. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht... ...mit dem Outfit in... ...Varkrai. Sechs Gun. Da muss man das spezielle Läufer-Outfit nehmen. Aber heute ist eine neue Woche. Könnte sein, dass eine neue Aufstand-Mission frei ist. Ich glaube, eine muss ich noch machen. Dann kriege ich auch den Erfolg dazu. Dann kann ich auch noch mal versuchen, was zu machen. Das war sehr kopflos von ihm. Ich... Ja, wieso? Die... ...haben doch ihre Köpfe noch auf. Ja, man kann nie genug Herz haben. Herz ist wichtig. Hör auf, Karte. Alle töten. Also. Das ist noch nicht hier, ne? Was ist das hier? Ich hätte mal reingucken sollen. Hier ist eine Truhe. Ist die oben. Da hinten ist das. Keine Ahnung, was das hier für Posten ist. Warum das so sein muss. Bauernfahrtreihe. Äh, im ersten Teil ist das. Treppen steigen eine... Ein Krampf. Äh, das Trepp, das Leiter. Leitung. Die Nutzung der Leitung. Also die Leiternutzung. Ich hätte hier gerne einen Schalldämpfer. Aber wenn man denen nichts tut, sind die auch ganz friedlich. Aber nicht immer, ne? Aber es gibt Kohle. Und ich habe noch viel zu skillen. Da könnte man... Neue Mission empfangen. Zeige jetzt an. Alle Gegner eliminieren. Kein Problem. Oh. Scheiße. Ich hatte eigentlich ein anderes Vorgehen geplant. So, die Kassette haben wir schon mal. Oh. Oh, das geht. Oh, das geht. Was? Magnese? Äh, Mayonnaise? Ein Alarm muss ja hier auch hier irgendwo sein. Ich will keinen Alarm auslösen. Dazu muss man den aber erstmal finden. Hm? Der ist nicht hier. Oh, das ist schön. Ich such keinen Alarm. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Nein, das ist kein Alarm. Haben die den irgendwo oben? Das ist kein Alarm. Ich kann nicht widerstehen. Ja, ich bin kein Stocher im Kopf. Stocher. Tut das nie weh? Der bleibt da stehen. Der kommt hier runter. Okay. Ach, da ist noch ein Sniper. Der ist da hinten. Hinter mir. Über mir. Nein. Hier komme ich nicht weiter. Scheiße. Hier können wir erstmal ein Expressen passieren. Der ist da oben irgendwo. Kommen wir da irgendwie rauf? Jetzt kommt er. Hier vielleicht nicht. Hier komme ich auch nicht durch. Hier habe ich noch nichts. Hier habe ich noch nichts. Da ist er. Shit. Ach, der bleibt wieder stehen. Feierhund, der. Jetzt kann er mich nicht. Da ist der Alarm. Der ist da oben. Guckt man denn hier irgendwie rauf? Oh na, wo habe ich mal auf? Das wird Erinnerungen. Oh na, wo hat er noch einen Alarm? Ich kann den ja takedown mittlerweile. Ich habe aber Angst, dass er sich kurz vor umdreht. Hier kommen wir höher. Jetzt gucke ich mal, ob ich da oben raufkomme. Zu diesem Alarm müsste ich kommen. Jetzt muss ich aber aufpassen. Oh. Ich weiß nicht, ob er der letzte ist. Da ist der Alarm. Da ist der Typ. Da ist sein Knie. Aber. Ja, ich müsste. Ich kann nur dazwischen durchschießen. Das nützt mir nicht viel. Ach, das war. Da war der letzte. Hallo, Freunde. Habe ich alles für euch gemacht. Blutdruck. Und den Blutdrachen. Und den Blutdrachen. Blutdrachen. Ist hier einer. Hier ist erst mal ein Verkaufsautomat. Aber ich brauche noch nichts kaufen. Ich gucke mal, ob ich hier ein bisschen was finde. Jetzt komme ich aber immer noch nicht da oben hin. Das finde ich aber nicht komisch. Ich gucke mal, ob ich hier bin. Ich gucke noch mal. Ich gucke noch ein bisschen was verringert. Ein bisschen was verringert. Das macht so gar keinen Sinn. Ach doch, hier oben drüber, das habe ich nicht gesehen. Wir machen jetzt erstmal dann die andere Mission, aber jetzt will ich da hinten noch hingucken. Ah, guck mal, was haben wir denn vergessen? Ja, denk mit dem Po. Denn was denn da rauskommt, ist für ein A. Der liegt da auch noch. Hier liegt er. Ich auch. So. Huch. Toll, du solltest den Seilzug nehmen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Nee? Ja, dann ist ja gut. Munition. Auffüllen. So, aufgefüllt. Alles aufgefüllt. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt nichts weiter. Hier ist nur diese olle Hai. Der Ha-Ha-Ha. Was ist hier los? Ich will Hai jagen. Ah, hier ist ja auch noch. Der Hai ist ja auch noch übersehen. schlumpisch. Gucken, ob wir den mit dem Gewehr angeln können. Sonst weiß ich nicht, wie wir den jagen sollen. Ha-Ha! Hai! Hai! Das sieht ja komisch aus da, ne? Jetzt hier ist da! Ob der zählt? Aber ich glaube, das ist kein Cyber-Hai, ne? Warte mal. Nein, nein. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das kam auch, als ich ins Spiel reinging. Ubisoft, ihr seid doof. Bringt das mal in Ordnung. Ihr habt das Spiel jetzt mit verschenkt. Es gibt Leute, die spielen das. Und die wollen das nicht als Multiplayer spielen. Bringt den Kram einfach in Ordnung. Das ist so nervig. Jetzt muss ich hier eine ganze Weile warten. Bis das weggeht. So, denn ich wollte ja nur gucken in die Datenkonsole. Sammelbares Tiere haben wir nicht. Ein Robo-Crew, nur eine Schildkröte und ein Cyber-Hai muss ich töten. Also der zählte nicht. Toll! Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Cyber-Haie. So, da müssen wir hin. Was ist denn da am dichtesten? Ich würde sagen, der hier, ne? Der das gehört. Klack, klack. Und schon bin ich da. Das sind mal Ladebildschirme. So muss das sein. Da freut sich das Herz des alten Mannes. Äh, wo ist denn jetzt meine M? Ist doch meine Mission. Ist doch da. Ah. Und? Kommen wir hier auch raus? Was ist denn da? Oh. Ah, hi. Ah. Ich habe keine Angst. Ich bin total mutig. Ah, volltreffend. Ich bin ja gleich von den Socken gehauen. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ist der tot? Cool. Es gibt nämlich ne... Errungenschaft. 25... Rachenstöten. Oh, ich weiß gar nicht. Das war jetzt mein dritter oder vierter. Ich weiß es echt nicht. Oh. Wie kommen die hierher? Frechheit. Das ist unser Stützpunkt. Das hat das Herz was. Liegt's mir mit euer Omega. Ausgeomegat. Äh. Warte mal. Ja, der Schutz ist weg. Konsumantikel. Wir sind natürlich mit voller Munition los. Und dann wird die Geisel sterben. Mindestens einmal. Man muss dich nicht immer einmischen. Ah. Gib her. Was steht da drauf? Sachs. Die haben alle ne... Beschriftung, die Schweine. Das Schwein heißt... Oh Gott. Bleibt doch mal liegen. Ich will lesen. Sachs. Das auch, ne? Slow Sachs. Oh. Mach Platz. In ihm steckt noch mehr. Ja. Zwei Pfeile. Komm. Schütte mir dein Herz aus. Wie man sieht, war ich hier schon. Immer schön vorsichtig. Es ist sehr dunkel hier. Das können doch nicht nur die drei sein. Da ist noch eine. Wir schleichen uns mal ran. Ich weiß nicht, ob ich alle erwischt habe. Den dicken, den kriegen wir relativ leicht weggeputzt. Nehme ich dann das Scharfschützengewehr. Und die hier eigentlich auch. Das ist aber ein bisschen weit weg. Für einen sicheren Schuss. Jetzt ist er ganz weit weg für einen sicheren Schuss. Er hat es nicht kommen sehen. Ganz kurz hat man was gesehen, dass er mich gesehen hat. Gehen wir hier ins Gebüsch. Aha. Der da ist verdeckt. Sind jetzt alle verdeckt. Da würde ein Schuss aufs Auto reichen. Aber die gehen ja dann sofort zur Geisel. Die Feigenschweine. Muss mal gucken, von welcher Seite aus besser wäre. Vielleicht mal so außenrum ran schleichen. Oh, die Zeit. Alles egal. Wir machen das jetzt noch. In der Aufnahme. Ich kann den jetzt auch leise skillen. Äh, killen, wie gesagt. Skillen kann ich auch leise. Ich kann auch laut skillen. Ah, Mist. Die Geisel wird angegriffen. Beschützen Sie den Snipernerd. Cool. Freust du dich? Ist aber schön. schon gar nicht in diesem Ton. In dem Ton auch nicht. Hier ist noch eine Kiste. Das hört sich schon besser an. Ich komme sofort hierher. Sofort. Ah. Das habe ich gewusst. Arsch. Komm ich hier raus? Ich kann nicht. Ich bin gerade runtergeplumpst. Oh, was ist denn das hier? Ich muss doch da hinkommen. Nein. Hilfe. 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 Oh. Ich war im Wasser gefallen. Ja. Und da, du hast mir nicht geholfen. Ja, ich weiß. Ja. Ein Erfolg. Ist das wirklich zu viel verlangt, wenn man einen schwarzen Einheimischen als Freund haben will, der einem zeigt, wie man einen hält wird? Was war das jetzt? Was hast du denn da gemacht? Gott sei Dank habe ich ihn vorher gerettet. Bevor er diesen Blödsinn macht. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Guckt, hier ist schon eine Jagdmission. Also werde ich da jetzt hinjagen. Und die mache ich dann aber offline. Vielleicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.